Hallo liebe Fangemeinde, hallo liebe Follower, wir wollen euch heute mal so ein kleines Update geben, weil ihr bemerkt ja, dass im Hauptbahnhof relativ viel los ist, es wird viel gebaut und eine große Baustelle schickt sich hier schon an, Alnatora Express. Hier haben wir einen kleinen Pop-up-Store ja schon aufgebaut. Also hier sieht man schon so exemplarisch ein paar Regale, was es dann für Bio-Köstlichkeiten alles hier bei uns gibt. Und wir sind ganz stolz, dass wir die Marke als erstes hier in Leipzig präsentieren können, als einzelnen Store und wir wollen euch heute mal die Gelegenheit geben, dass wir einfach mal in die Baustelle gucken, dass ihr schon mal so ein Gefühl habt, wie sieht der neue Laden aus. So, dann gehen wir mal rein in die große Stube. Also seit Januar wird jetzt hier gebaut und hier befinden wir uns im Eingangsbereich und im Eingangsbereich ist also gleich der neue Backshop, der hier auf der rechten Seite sein wird, also wo man dann auch jeden Tag frische Brotköstlichkeiten bekommt. Und wir hier so ein bisschen in den hinteren Bereich mitgehen. Hier hinten ist dann die große Kühlstrecke. Also wir werden also auch frische Produkte hier haben, was uns in der Tat wirklich sehr freut, dass man nicht nur, ich sag mal, das Trockensortiment hat, sondern dass man also alles auch von Wurst und Käse, alles aus der Kühlstrecke hier erhalten kann. Noch sind die Regale alle leer, aber in ein paar Tagen wird hier kräftig eingeräumt von ganz vielen fleißigen Helferlein und dann ist am 19.04. hier schon eine Eröffnung und wir freuen uns, dass die Bio-Gemeinde hier einen neuen Hort hat und hier einkaufen gehen kann. Untertitelung des ZDF, 2020